Holz anbauen Müssen wir die Uhrtour mit da hinten umhauen Um irgendeinen Wachstumssaft zu besorgen Da haben wir schon einen Komm ja, ich schlag dich zusammen Oh... Einer, naja. Ob es sich jetzt für einen hier lohnt rüber zu gehen? Aber dass einer auch genau 19 droppen müsste, sodass wenn ich jetzt 5 umgehauen hatte, mir noch einer fehlt. Solche Penner. 2 Stöcke für. Ist klar. Nur damit ich Unrecht habe. So, ab geht. Da hinten. Da hätte ich auch direkt mit umhauen können. Die hier alle rumlatschen. Jetzt braucht ihr auch nicht mehr. Jetzt habe ich keinen Bock mehr zu kämpfen. Geh nach Hause. So. 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 So.